Alles läuft unter dem Motto anmelden, einkaufen, rausgehen und fertig. Kameras an der Decke merken sich, was du einpackst. Zusammen mit Gewichtssensoren in den Regalen wird automatisch erkannt, welche Produkte du mitnimmst und auch welche du wieder zurückstellst. Bei losem Obst und Gemüse sagt uns die Waage, wie viel du einpackst. Wenn du fertig bist, gehst du einfach wieder raus. Deinen Kassenbon findest du kurz nach dem Einkauf in deiner REWE Pick&Go App. Wir sehen, dass das Einkaufsverhalten der Kunden natürlich weiterentwickelt. Digitalisierung ist da ein Stichwort. Das heißt, wir müssen immer wieder ausprobieren, was möchte eigentlich ein Kunde, was können wir technologisch anbieten und wie passt das dann zusammen. Die Kunde ist da ein Kunde. Die Kunde ist da ein Kunde. Das heißt, wir müssen uns auf die Kunde einbieten und wiederholen.